So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Brustab Bartergarm. Heute gibt es mal ein sehr informatives Video und zwar versuche ich euch heute alle 8 Bartergarmarten mal relativ kurz und prägnant zusammenzufassen. Dass sie existieren, welche überhaupt existieren, wo sind die Unterschiede, welche kann man halten im Terrarium und welche befinden sich in welchem Lebensraum. Genau das alles möchte ich heute mit euch ein bisschen besprechen. Ich würde sagen, nach dem Intro geht es direkt los. Let's go! Also, fangen wir mal an mit der vermeintlich bekanntesten Bartergarm, die auch in Deutschland in Terrarien am meisten vertreten ist. Das ist einmal die Pogona VT-Seps, sprich die streifenköpfige Bartergarm, wie auch Spike das ist. Ich habe jetzt hier im Hintergrund eine Bartergarm. Das ist von einer freien Quelle, die kann ich einfach verwenden. Und ja, das ist jetzt im Prinzip eine Pogona VT-Seps. Das kann man gut erkennen an dem prägnanten Kopf, der eben sehr kantig ist. Und der Bart, den die Bartergarm aufstellen kann, ist auch nicht bei jeder Bartergarm der Fall. Da komme ich auch noch dazu. Sie hat jetzt eine angenehme Größe, ist jetzt nicht gerade die größte, aber es könnte sich hier auch schon um einen Pogona VT-Seps-Weibchen handeln. Allein der weichere Farbverlauf und die weicheren Formstrukturen und daran kann man das Weibchen gut ausmachen. Wir haben jetzt hier aber eine Pogona VT-Seps, das heißt, die werden von der Länge in etwa 25 cm Rumpflänge und auch nochmal ungefähr 25 cm Schwanzlänge. Da schaue ich mal kurz in meinen Daten genau nach. Das sind 5, ja, okay, der Schwanz kann tatsächlich sogar bis 30 cm sein, also bei der Pogona VT-Seps ungefähr im Schnitt können die bis zu 50, 55 cm lang sein oder werden. Und der Spike hat es nicht ganz erreicht, beziehungsweise noch nicht, er ist jetzt bald 5 Jahre. Aber zumindest, er hat in etwa 43, 44 cm und das kommt dann von daher schon ganz gut hin. So, die Lebenserwartung bei Pogona VT-Seps ist etwa bei 10 bis 15 Jahren. Ist auf jeden Fall eine starke Leistung für so ein kleines Tier auch, das im Terrarium gehalten wird, im Prinzip ja Zwangshaltung oder ein Gefangenheit. Aber die können in freier Bahn in Australien auch dann bis zu 20 Jahre in freier Wildbahn überleben. So, wo leben die eigentlich? Ist klar, Pogona VT-Seps sind australische Tiere. Pogona VT-Seps sind vertreten in Zentral- bis Südaustralien am meisten und können ein Gewicht von etwa 250 bis 280 Gramm, so da fangen die Weibchen an, bis über 500 Gramm entwickeln. Dann, das sind bodenbewohnte Tiere, die sind tagaktiv und geeignet für Anfänger und Profis. Also, ich muss jetzt auch nochmal kurz dazu sagen, dass ich hier jetzt die Informationen explizit von einer speziellen Seite nehme, die mir heute sehr stark aufgefallen ist und die würde ich auch gerne empfehlen. Ich werde auch einen Link in die Beschreibung packen. Und zwar ist es batagamfibel.de. Da könnt ihr jederzeit alles mögliche über batagam nachlesen. Das ist ein Terrarianer, ja Terrarianer, so kann man es sagen, der eben seit 2013 batagam besitzt. Ich kann es auch kurz euch hier reinpacken. Und hier, die kann ich auch mal akzeptieren. Der macht es eben schon seit etlichen Jahren jetzt mit den Terrarien und hat sich da in den Jahren einiges Wissen über batagam angeeignet. Er hat es hier ganz gut zusammengefasst und ich wollte das einfach mal jetzt ver-videobildlichen, wenn man das so sagen kann, weil er hat wirklich alles kurz und prägnant zusammengefasst. Und das werde ich im Prinzip jetzt nochmal als Video übersetzen, um vielleicht noch ein paar Worte zusätzlich zu sagen, wie ich es jetzt auch schon von Spike gemacht habe. Also, genau. Gut, das war es mit der Pogona VT-Saps. Jetzt geht es gleich weiter mit der Pogona Hendry Laws Sony. Das ist die Zwergbatagamme. Hier haben wir sie. Ich hoffe mal, dass ich die Bilder hier ohne Urheberrechtprobleme zeigen kann. Ich werde es auch alles hier schlicht halten und den eben auch verlinken und alles Mögliche, dass das eben nicht schon wieder zu einem Copyright-Problem führt, ne Freunde? Und ja, die Seite empfehle ich halt jedem von euch. Deshalb muss ich die unbedingt verwenden. Total gut gemacht. Gut, jedenfalls die Zwergbatagamme. Lawsons Zwergbatagamme hat er jetzt hier geschrieben. Das ist einfach der Entdecker der Batagamme. Hendry Lawsoni, so heißt er. Und der hat die eben entdeckt. Es sind mit die kleinsten Batagamme. Wir haben eine Rumpflänge von etwa bis 15 Zentimeter und eine gleichmäßige Schwanzlänge auch in etwa von bis zu 14 Zentimeter. Also damit wirklich sehr kleine Batagamen. Und denen reicht auch eine Terrariumgröße von 1,20 Meter auf 60, auf 50 könnte man sagen. Aber 60 ist dann auch wieder ein bisschen besser, wenn sie wieder ein bisschen in die Höhe klettern können. Und dann passt das. Die Batagamen haben jetzt hier fast gar kein Gewicht. Also es sind ein paar Scheiben Schinkenwurst im Prinzip. Kommen wir bei 35 auf 120 Gramm, schreibt er jetzt hier hin. Und das kommt auch völlig eigentlich hin, so im Schnitt. Also eher dann Richtung 120 Gramm tatsächlich. Aber die ganz kleinen dann scheinbar schon bis 35 Gramm runter. Der Lebensraum ist hierbei jetzt tatsächlich im nordöstlichen Australien, aber auch noch im Zentralbereich, so wie die Pogonavitiseps. Also einfach nördlicher. Und da unterscheiden die sich halt auch, was die Temperaturen angeht. Das ist dann halt schon mal eine andere Liga. Und ja, gut. Da gibt es jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Die Tiere sind auch geeignet für Anfänger und Profis. Auch für Leute, die eben jetzt nicht so viele Räumlichkeiten zur Verfügung haben. Platzangebot. Da kann man dann nichts falsch machen. Ja, er hat hier geschrieben 1,20 auf 70 auf 50. Ich sage 1,20, 60, 60. Da streiten sich die Geister. Aber ich bin der Meinung, das reicht. Und man kann halt unterscheiden, ob man jetzt 70 in der Länge oder in der Tiefe will oder halt ein bisschen höher dafür. Je nachdem. Gut. Dann gibt es die Kimberley-Bartergarme. Die Kimberley-Bartergarme, die ist, wie der Name schon sagt, in der Kimberley-Region in Australien vertreten. Wo es eben auch sehr heiß ist. Das ist dann im westlichen Bereich Australiens im Nordzipfel davon. Das sind eben auch sehr heiße Temperaturen. Und da befinden die sich eben, sind jetzt eher mittelgroße Bartergarmen. Also sprich, die haben jetzt hier wieder eine kleine Rumpflänge, so wie die Zwergbartergarmen. Aber dafür halt einen ziemlich langen Schwanz. Das ist auch für viele Bartergarmenarten so vertreten, dass sie eben einen sehr langen Schwanz haben im Vergleich zum Körper. Lebenserwartung hier auch wieder gleich, wie bei Pogonavitiseps und der Zwergbartergarme. Allerdings würde ich sagen, dass diese hier durch die Temperatur auch allein schon nicht älter werden können. Auch wenn sie gut angepasst sind. Weil dann die Temperatur insgesamt das Tier dann auch ein bisschen strapaziert. Und somit die Lebensdauer dann auch ein bisschen einschränkt. Diese Tiere darf man nicht importieren, beziehungsweise exportieren. Oder im Prinzip nennt man das ja dann importieren. Dann würden wir sie nach Deutschland reinbringen. Genau. Keine Ausfuhr erlaubt. Ja, das stimmt. Und die sind sehr schwach vertreten. Die gehen immer mehr zurück, die Zahlen dieser Pogona Unterklasse. Und deshalb darf man die auch nicht aus der Wildbahn entnehmen. Und das finde ich auch gut, dass sie dann somit geschützt sind. So, der Fachbegriff ist Pogona Mikrolepidota. Lepidota. Alles klar. Habe ich auch noch nicht oft gehört. Pogona Mikrolepidota. Alles klar. Gut. Und jetzt nochmal zum Begriff Pogona kurz. Pogona ist im Prinzip vom Griechischen, glaube ich, abgeleitet. Und das hieß da das Wort Pogon. Und Pogon bedeutet im Griechischen der Bart. Bartagam haben daher den Bart, äh, äh, Bartagam haben daher eben den Namen bekommen. Pogona und Viti selbst zum Beispiel dann streifenköpfig. Und Pogon der Bart. Pogona ist dann dementsprechend das Tier benannt. Pogona heißt Bartagame. Und somit ergeben sich dann immer die Bartagamnamen. Zum Beispiel Pogona Henry Lorsoni. Was eben jetzt nicht für irgendeinen, äh, farbigen Bart steht, sondern eben für den, der sie gefunden hat. Gut. Als nächstes kommt die Pogona Minima, ne. Das sagt auch schon ganz viel aus hier. Minima von der Größe her, ne. Die haben jetzt nämlich hier wirklich ganz kleine Rumpflänge von 11,5 Zentimetern. Und der Schwanz hat hier auch maximal 24 Zentimeter, was aber schon doppelt so lang ist wie der Rumpf. Äh, äh, Lebenserwartung ist hier auch wieder 10 bis 20 Jahre. 20 Jahre wiederum in der Rhein-Wildbahn. Ähm, sind tagaktiv und können gut klettern. Also, das können auch nicht alle Bartagamen, beziehungsweise können, aber machen es nicht. Und diese Bartagamen sind das eben eher ausgeprägt dafür, klettern zu wollen. Auch nur, die haben eher den Trieb dazu. Das sind auch wieder hier kleine Bartagamen. Da reicht dann auch wieder ein Terrarium von 1 Meter. Schreibt er jetzt auf 50 auf 50. Ich würde immer automatisch auf 1,20 auf 60,60 gehen. Da macht ihr wirklich nichts falsch und ihr tut der Bartagamen damit nur was Gutes. Ja. Sind für Anfänger und Profis geeignet. Äh, darf man wirklich auch importieren. Aber die sind wiederum auch seltener vertreten als die anderen Bartagamen-Arten wie die Puguna, wie die Seps und die Henry Lorsoni. Genau. So, was macht die Bartagame jetzt aus? Die Bartagame hat eine spezielle Rückenstruktur in Form von Rauten in etwa. Da kann man die gut erkennen und eben auch der kurze Körper mit dem langen Schwanz und ein ziemlich schmächtiges Auftreten. Ich würde schätzen jetzt wiederum von 100 Gramm bis 250 Gramm ist da alles dabei bei der Bartagame. Und ja, so kann man die im Prinzip erkennen an der Rautenformer Rücken. So, jetzt wieder eine tolle Bartagame. Die gefällt mir wirklich fast bestens hier. Eine westliche Bartagame. Die Bartagame, Puguna Minor. Ähm, auch wieder der Name, weil sie eben sehr klein ist, jetzt zu unterscheiden. Aber hierbei minimal, eben nicht die Rautenform. Und von der Größe, wie ihr seht, ist sie ziemlich gleich groß. Vielleicht halt eher einen größeren Korpus, größeren Rumpfbereich als der Schwanz jetzt. Also im Verhältnis zumindest. Ja. Ähm, das ist jetzt eine kleinbärtige Bartagame. Und deshalb würde ich jetzt auch sagen, dass man das Minor nicht von der Körpergröße her sich herleitet, sondern eben von der Bartgröße, da sie eben einen sehr schwach ausgeprägten Bart haben, den sie auch kaum aufplustern können. Die haben da einfach diesen, diesen, ähm, von der, von dem Zungenkörper her herausgehenden Muskel, um das, den Bart aufzustellen. Das haben die eben kaum ausgeprägt. Und von daher haben die einen sehr kleinen, schwach ausgeprägten Bart. So kann man die leicht erkennen. Und sind ansonsten auch ziemlich zierlich. Genau. Äh, sind Bodenbewohner, äh, mögen niedrige Vegetation, sind auch tagaktiv und auch sehr kletteraktiv. Ne, das sind die Kleinen sowieso immer gern. Äh, die sind dann wirklich lieber unterwegs, ähm, auf den höheren, ähm, Korkstrukturen oder Bäumen oder Büschen auch als mal. Empfohlen wird hier auch wieder 1,20 auf 60 auf 60. Kann ich nichts gegen sagen. Und sie haben die Region eben im Westen bis auch wieder Mittel, also sprich Zentral Australiens. Und von daher, ja, so viel dazu. So, jetzt fehlen noch 3 Stück, glaube ich. Das ist einmal die Mitchells Bart der Garme. Ähm, auch wieder eine der kleineren. Hier auch wieder der Schwanz länger als der Rumpf mit 17 cm Rumpflänge in etwa. Und, äh, 25 cm, bis zu 25 cm, äh, Schwanzlänge. Ähm, die Lebenserwartung auch wieder gleich, ne. Also ihr seht ja wirklich, dass die Bart der Garmen sich teilweise sehr schwach nur unterscheiden. Das ist einmal die Region zum Beispiel, äh, irgendwelche Farbstrukturen oder Rautenstrukturen auf dem Rücken. Vielleicht ein bisschen kantiger oder vielleicht macht es auch mal einfach, äh, die Schwanzlänge wieder aus. Ja, genau, die Schwanzlänge. Gut, auf jeden Fall. Ähm, die Mitchells Bart der Garme sind, ähm, für die, für die ausgeprägten Stachelschuppen an Schulterblättern sehr, sehr, ähm, bekannt, ne. Das hat er jetzt hier auch geschrieben, ähm, und, ja, das macht die einfach aus. Die Größe ist auch wieder ziemlich klein. Der Entdecker war John Mitchell in dem Fall, ne, deshalb heißt sie auch Mitchells Bart der Garme. So, kommen wir jetzt zur nächsten Bart der Garmen Art und auch wieder ein sehr auffälliges Modell, sage ich jetzt mal. Das sind die Nullabor Bart der Garmen, ne. Und dementsprechend Pogona Nullabor. Äh, sind sehr klein. 14 cm Rumpflänge bei 20 cm Schwanzlänge. Und ich habe euch jetzt auch ein Bild herausgesucht, wo man sie sehr gut erkennen kann. Ich hoffe, ihr darf das zeigen. Äh, hier nur in klein leider, geht nicht größer. Moment, dann helfe ich kurz nach. Die Merkmale sind sehr gut ausgeprägt bei diesem Modell, jetzt, sage ich mal. Und zwar haben die hier eben weiße Querstreifen auf dem Rücken, die man hier eben gut erkennen kann. Und auch hier links auf dem Bild, die immer so nach rüber ziehen, quer. Sie haben, äh, Farbstrukturen im Bereich von rötlich-braun und orange leicht auch. Und hier eben diese braunen Querstreifen noch zu dem weißen. So, und woran erkennt man sie noch? Das sind eben diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, in dem Bereich sind es jetzt 6 Stück bei dem Modell. Ähm, Querstreifen, ne, mit den Stachelschuppen rein. Die hat jetzt hier 6, 6, ähm, Reihen, Stacheln. Ähm, und ja, da kann man sie gut erkennen. Hat sie hier mehrere von. Und das macht eben die Pogona Nullabor aus. Warum Nullabor? Weil sie eben in der Nullabor-Ebene in Australien, ähm, sich breit gemacht hat, äh, südliches Zentral-Australien. Und so kann man sie dann auch dort antreffen. Die nächste Bartagame, im Prinzip ist das jetzt schon die letzte, tatsächlich. Ja, haben wir die 8 Bartagame gleich durch. Ist meine Lieblings-Bartagame, ne. Haben wir hier nämlich die östliche Bartagame Pogona Barbata. Ne, auch der, ähm, der ähnlichste Name, ne. Barbata wie Bartagame. Ne, die ist für mich auch die Bartagamischste Bartagame, so sage ich es jetzt mal. Ja, alles klar, Digga. Ähm, ja, wie der Name verrät, lebt sie im Bereichen des Osten- und Südosten-Australiens. Und also auch sehr ähnlich wie jetzt die Pogona Vitiseps, ne. Diese Bartagame kannst du nämlich auch importieren, das ist alles legal. Sie haben auch einen sehr großen, ja, wirklich sehr stark ausgeprägten Schwanz, der in etwa bis 75 cm reichen kann. Bei in etwa nur einer kleinen, ähm, Rumpflänge von 25 cm. Im Prinzip ist das jetzt hier die große Version der Pogona Vitiseps, hier auch im Hintergrund mein Spike. Kann ich euch ja auch mal kurz zeigen hier. Upp, wie ihr hier seht, ich sehe es ihn selber kaum, ich kann es euch nur kurz erklären. Ähm, streifenköpfige Bartagame, ähm, Farbstruktur, leicht orange zur Zeit mit braun und hellen Stacheln auch. Ja, ich hoffe ihr könnt es kurz erkennen, ähm, er sieht auch sehr farbig, sehr frisch zur Zeit aus. Hat sich in der letzten Zeit auch ein bisschen gehäutet und, ja, gut, das dazu. Aber, nochmal zur östlichen Bartagame. Die kommen auch hier aufs höchste Gewicht, ne, wieder 250 g bis über 500 g, würde ich jetzt sagen. Er hat es jetzt hier auf 500, ich würde sagen, es geht noch ein bisschen höher. Äh, kann man auf einmal nicht direkt eine Grenze festlegen, so bei 500, aber ist in Ordnung. Lebenserwartung auch wieder gleich wie die allen anderen Bodenhaltung ganz normal. Also nicht wie bei den Hühnern, sondern bodenbewohnt und tagaktiv. So, er hat jetzt geschrieben, die sind für Profis geeignet. Das kann man aber gut verstehen, weil sie schwerer zu handeln sind und auch wieder ein anderes Futterangebot haben und auch mehr Bedarf an Futter haben und mehr Pflege, weil sie eben auch ein großes Tier sind, bei dem man dann dementsprechend auch ein größeres Terrarium noch halten muss und alles ein bisschen schwerer zu handeln ist, ne. Und, ja, die Pogona Barbata hat, ähm, eine Anforderung des Terrariums, so würde ich es zumindest sagen, von 1,80m auf 1,80m Höhe dann noch, da weiche ich wieder ein bisschen von ihm ab, ne. Das Bike hat 1,50m auf 80m auf 80m, aber diese, äh, Badegarme, ähm, die jetzt hier wirklich auch bis zu, äh, 75, 80cm lang werden kann, würde ich wirklich sagen, braucht es echt, die braucht es wirklich, ne. 1,80m Terrarium auf 1,80m auf 1m auf 80cm. Gut, ah, er hat jetzt hier geschrieben, Gesamtlänge von 75cm, ja, äh, geht auf jeden Fall noch drüber raus, ja, habe ich jetzt gerade auch gesagt, ist über 80cm, aber, hier ist es wirklich, ähm, in freier Wildbahn nur, sonst werden die auch vom Terrarium schon eingeschränkt. Ähm, jetzt haben wir dann alle, ähm, Agam durch, ich kann euch die Seite wirklich nur nochmal empfehlen, www.badegarmenfibel.de, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, unterstützt den jungen Mann, ähm, liest seine Artikel, äh, das, also dieser Artikel, als ich den jetzt gelesen habe, der hat mich so inspiriert und die Informationen so kurz und prägnant zusammengefasst. Das wollte ich einfach nochmal visualisieren und euch damit zeigen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen, lasst dann auf jeden Fall ein Like und ein Abonnement auf dem Kanal da, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr solche Videos sehen möchtet. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen und keine Livestreams zu verpassen, äh, dann würde ich sagen, haut rein, bis denne, stay fresh, stay healthy und bis zum nächsten Mal, bye, euer Boster Barteran. Übrigens, Merch ist erhältlich, der Link könnt ihr, äh, sehen, wenn ihr bei meinem Kanal am Handy zum Beispiel dann auf den Reiter Kanal Info geht und dann der erste Link, da ist nur einer, dann steht am Merch, könnt ihr drauf gehen oder am PC rechts oben in meinem Kanal Banner, könnt ihr den Merch auch kaufen. Also neue Designs jetzt erhältlich im Merch, könnt ihr auf jeden Fall gerne zuschlagen. Da wird sich, ähm, erstmal nichts mehr ändern, könnt ihr gerne zuschlagen. Ähm, zur Zeit ist noch eine Rabattaktion von 15% ähm, am Start. Äh, ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video, haut rein, schlagt zu und bye. Äh, ja, das war's auf jeden Fall.